Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Freitag, dem 18. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 546. Und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Swatch Pay, Bundesratsfoto, G Suite, Datenleak, Android Q, Fossil, Challenges, Microsoft und Cyborg. Ich beginne gleich mit dem Schweizer Uhrenriesen. Vor, ich glaube ein paar Jahren ist es mittlerweile schon her, drei an der Zahl, genau, hat Swatch mit Bellamy was versucht, was nicht geklappt hat. War eine normale Swatch-Uhr, wie man sie kennt, mit einer integrierten digitalen Bezahlmöglichkeit. A la Apple Pay, Samsung Pay und alles, was man so kennt. Einfach und schlicht, aber eben es war nicht ganz so einfach und nicht ganz so schlicht. Vor allem das Installieren, das Hantieren etc. Und deshalb macht man jetzt einen zweiten Versuch. Die neuen Uhren, deren es an der Zahl aktuell vier Stück gibt, sind mit fast jeder Mastercard kompatibel. Heisst normale Mastercard, aber auch die Prepaid-Karten, welche so rumpfleuchen hier in der Schweiz. Und man kann die vier Modelle, die es aktuell gibt, für 85 Franken kaufen. Das ist 20 Franken günstiger als die Uhren von eben Bellamy, die es vor drei Jahren gab. Und es ist nur 5 Franken teuer, wie es die normalen Uhren, genau gleich im Design und ähnlicher Ausstattung, es sonst sind von Swatch. Und in Zukunft könnte man das Ganze auch in alle anderen Uhren einbauen. Ausser in die aktuell, ja, in die ganz feinen Uhren, da geht es aktuell noch nicht, weil doch im Rahmen obendran die NFC-Antenne verbaut werden muss. Deshalb, wenn ihr euch das Ganze anschaut in den Bildern, wir haben da einen Artikel von Lorenz verlinkt, da sieht man, dass es jeweils einen Rahmen rundherum hat. Da ist die NFC-Antenne drin. Es braucht nicht mehr Akku als sonst, oder nicht viel mehr Akku als sonst, Matsch-Uhren brauchen anscheinend und lässt sich einfach durch eine Batterie wechseln, austauschen. Klingt alles sehr spannend, ich werde mir die Uhr auf jeden Fall anschauen und auch ausprobieren, wenn es die Möglichkeit gibt. Weil, ja, wieso nicht für Kinder, für meine Kinder wäre das eigentlich was. Das Taschengeld auf die Kreditkarte rüberspielen und sie können einfach, wenn sie unbedingt müssen, irgendwo was bezahlen, ohne dass sie Geld dabei haben, das sie dann verlieren können oder sonst was. Einmal im Jahr gibt es das sogenannte offizielle Bundesratsfoto bei uns in der Schweiz. Ich weiss nicht, wie das bei euch, liebe Hörer, in Deutschland und Österreich ist, wie das da gehandhabt wird. Aber wir haben ja, für den Fall, dass ihr es nicht wisst, sieben Bundesräte und davon gibt es eben, wie gesagt, jedes Jahr ein Foto. In diesem Jahr ist, glaube ich, nicht das erste Mal, aber da haben Schüler oder Lehrlinge, besser gesagt Auszubildende im Bereich Mediamatik, glaube ich, auf dem Bundeshaus genau das Ganze umgesetzt. Sieben an der Zahl waren es und die haben zum einen den Hintergrund gestaltet, aber auch natürlich die Konstellation der Bundesrate zusammengewürfelt und dann auch ein Foto gemacht. Und unser Uli Maurer bestand anscheinend darauf, ein Smartphone in der Hand zu halten und dass der quasi zurückfotografiert, also der Bundesrat fotografiert dann das Volk. Das Ganze finde ich eine witzige, eine tolle Idee und für diejenigen, die es interessiert, es wurde mit der App ProCam gemacht auf einem iPhone XS. Es gibt im verlinkten Beitrag bei uns auch ein Making-of, da könnt ihr sehen, was die Schülerinnen und Schüler zusammengebastelt haben und wie sie schlussendlich das Foto gemacht haben. Tolle Arbeit finde ich und noch toller, dass es natürlich mit einem Smartphone gemacht wurde, weil wieso nicht? Die Zinger sind ja mittlerweile so gut. Auch so gut ist die G-Suite. Zumindest wenn man zahlreichen Nutzern Glauben schenken mag. Ich selber habe sie nicht in Betrieb, aber ich kenne einige, die es nutzen und die es gern nutzen. Und die wird jetzt zum ersten Mal innerhalb der letzten zehn Jahren teurer. Und zwar um jeweils, aktuell sind nur die amerikanischen Preise drin, in der Basic-Variante von 5 auf 6 Dollar und in der Business-Variante auf 10 zu 12 Dollar. Wenn man so anschaut, was Google da in der letzten Zeit alles reingebuttert hat an zusätzlichen neuen Möglichkeiten mit, schaut am besten selber nach im Google-Watch-Blog. Wir haben den Artikel dazu verlinkt. Dann kann man das sicherlich mal machen in der Zeit. Gehe ich doch mal davon aus. Wenn ihr sowas nutzt, also wenn ihr die Google-Suite nutzt und das würde ich mich über eine Rückmeldung dazu freuen, über die bekannten Wege. Ja, immer wieder wird bekannt, dass irgendwelche Passwörter und Benutzernamen, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten etc. auf irgendwelchen Servern wieder mal entwendet wurden. Jetzt hat ein IT-Sicherheitsexperte ein riesiges Datenleck gefunden. Anscheinend sind es über eine Million Passwörter im Netz wieder mal aufgetaucht. Auch die sogenannte Collection Number One. Darin enthalten sind, wie gesagt, Benutzernamen und Passwörter vor allem. Und die werden dazu genutzt, um einfach auf anderen Seiten mal die ganzen Konstellationen durchzuspielen und vielleicht so den ein oder anderen neuen Zugang zu bekommen. Wenn ihr wissen möchtet, ob ihr dabei seid, es gibt einen speziellen Dienst, Have I Been Pummed, wie sagt man, übernommen, ja, eben Englisch, oder ihr geht direkt beim Hasso Plattner Institut vorbei. Den Link, den zweiten, haben wir direkt in der Show Notes verbaut. Den erstgenannten, den findet ihr im Artikel dazu bei Zeit Online. Dann geht es weiter mit einem kleinen Leak. Anscheinend hat der ein oder andere die Möglichkeit gefunden, Android Q auf sein Smartphone zu laden. Und davon gibt es jetzt ein Video, wo die beiden, also das aktuelle Android und das Q, das kommende, also Pi und Q, miteinander verglichen werden. Auch ist da drin noch ein Link mit diversen Screenshots. Somit, wer mag, kann sich das mal anschauen. Vor allem auffällig daran neu war der Dark Mode, der jetzt auch über das gesamte System geht. Einen Desktop-Modus, auch für unterwegs. Und die Benachrichtungen wurden noch erarbeitet. Da tun sie sich sicherlich nicht schlecht. Und wir dürfen gespannt sein. Die Google I.O. ist ja nicht mehr weit und dann werden wir sicherlich wieder Neuigkeiten darüber bekommen. Länger heisst es ja, Google sei an einer eigenen Smartwatch an Arbeit. Damals mit LG in Kooperation war es ja kein Pixel, ja quasi ein Pixel-Smartwatch. Es war einfach die LG-Smartwatch, die unter Google lief. Neu soll anscheinend und das heizt jetzt aktuell eben halt bald was Eigenes kommen im Pixel-Bereich. Denn Google hat sich eingekauft und das ist bei Fossil passiert. Die treten einen Teil ihres Erstellungsteams an Google ab. Wie gross und der Umfang und wie und sowieso, weiss man nicht. Man weiss aber, dass Fossil 200 Männer und Frauen hat, die im Entwicklungsteam arbeiten und daran forschen. Und ja, nicht wenig, wie ich finde. Wenn man aber bedenkt, wie viele Brands und Unterbrands Fossil natürlich, hat das auf jeden Fall Sinn. Dürfen wir gespannt sein, was wir da vielleicht dann auch an der Google.io sehen. Ihr kennt sie sicherlich, die ganzen lustigen Challenges oder eben nicht ganz so Challenges. Das letzte, grössere in dem Bereich war die Bird Box Challenge zum gleichnamigen Netflix-Film. Und deshalb hat YouTube neue Richtlinien rausgelassen. Sobald jemand eben in diesen doofen Geschichten oder mit solchen doofen Ideen von Mutproben etc. veröffentlicht, kann sein, dass diese gelöscht werden, wenn sie eben nicht rechtens sind. Auf jeden Fall sicherlich nicht die dümmste Idee von der Seite. Microsoft hat neue Details zum Game-Streaming-Dienst bekannt gegeben. Man weiss länger, dass sie am sogenannten Netflix für Spiele arbeiten und Adela ein paar Details dazu rausgehauen. Es soll also wirklich so sein, dass der Dienst auf sozusagen allen Endgeräten laufen soll. Also a la Netflix geht ja auch. Und somit könnte es sein, dass man in Zukunft dann eben auf der Xbox, auf einer Apple TV, Fire TV, in Chromecast, wo auch immer drauf spielen kann. Aber nicht nur da, auch auf Tablets und auf Smartphones soll es möglich sein, somit dann auch unterwegs zu spielen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde mich so freuen, wenn ich meinen Forza Horizon, mittlerweile in der vierten Version, auch übeln könnte. Nicht nur zu Hause. Ja, zu guter Letzt haben wir ihn noch mit reinbekommen, auch diese Woche wieder. Elon Musk, der nämlich, dass die Menschheit nur überleben wird als Cyborgs. Und der hat auch schon vor einigen Jahren eine Firma gegründet, die Neuralink auf den Namen gehört und die eben an sowas forscht. Einem kleinen Chip, der man sich ins Hirn pflanzen kann, womit man dann produktiver, intelligenter, besser erinnerungsfähig wird etc. Quasi die Vorzüge von einem Computer mit dem Hirn verschmolzen und wir haben dann die Möglichkeit, besser und schneller und noch mehr zu leisten. Wir dürfen gespannt sein, wenn das soweit ist. Zahlendaten wurden nicht genannt und ja, mal schauen, wie das da weitergeht. Das waren es die Themen, die ich heute für euch bereit hatte. Heute ist Freitag, das heisst für die meisten von euch wahrscheinlich der letzte Arbeitstag der Woche. Genießt ihn noch, habt viel Erfolg und dann noch mehr geniessen sollt ihr das Wochenende. Was auch immer ihr tut, habt Freude daran und ab nächster Woche ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.